Grüß euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Fox und spiel heute ein Spiel namens BorderBots VR, welches ich hier jetzt wahrscheinlich gleich einblenden werde, weil man es ja nicht sehen kann gerade, weil hier nirgendwo der Titel rumschwirrt. Na gut, ich kann es hier in den Luftschiff, aber das zeige ich dann gleich noch. Und das ist ein Spiel von, das habe ich schon weggemacht, Vorbereitung. Ein Spiel entwickelt von Pawprint Games Ltd. und Vtime Ltd. und gepublished von Team17. Haben die nicht auch irgendwelche Spiele, die ich kenne, gemacht? Warte mal ganz kurz. Undead Inc. Könnte ich mir mal angucken. Weil es ein Spiel ist bald veröffentlicht. Overcooked haben die zum Beispiel gemacht und die Escape Systems haben die gemacht. Also haben sie schon ein bisschen, na gut, die haben es gepublished. Von Pawprint Games selber, die haben halt nebenbei noch Bloody Zombies gemacht. Keine Ahnung, kenne ich nicht. So, ich lese kurz die Spielebeschreibung. Du beginnst als menschlicher Grenzagent mit einer neuen Aufgabe in einer Kabine an der KI-Reisegrenze. Interagiere mit einer Reihe von Robotern und überprüfe sie, während sie versuchen, durch die Sicherheitsschleuse zu gelangen. Gut, ist ein gutes Spiel. Habe ich selber schon komplett durchgespielt. Und deswegen habe ich mich jetzt extra so hingedreht, weil ich habe das Spiel wirklich komplett durchgespielt soweit. Ich habe auch eine Aufnahme komplett alles gemacht für euch. Das Problem an der ganzen Sache ist halt, dass ich halt eben Probleme hatte. Also ich habe das Spiel halt so, wie es ist halt aufgenommen. Jetzt hat nämlich gerade eine andere Ansicht, die ich aufnehme. Weil im Grunde genommen, jetzt sieht man hier zum Beispiel das Paneel ganz schön, auch die Umgebung alles richtig schön und Dinge halt. Aber wenn ich jetzt die Indienaufnahme nehme, dann sieht es nämlich so aus. Man sieht nur noch das Paneel und halt nur noch die, ja, und von der Umgebung sieht man halt gar nichts mehr. Da ist meine Hand hier irgendwo gerade herumgeflogen. Die ist hier, Junge. Und das ist halt, ich habe es mitten, irgendwann mittendrin gemerkt, habe halt dann die Umstellung eingestellt und habe mir gedacht, ja, okay, bei den restlichen Folgen müssen wir halt eben so leben, bei den ersten Szenen. Und wie die letzten drei haben wir halt eben dann, oder wie die letzten vier waren es da, eine gute Ansicht hier. Aber dann habe ich jetzt einen Thumbnails gemacht und ich habe mir echt gedacht, hey, ich kriege kein einziges vernünftiges Thumbnail hin, weil ich kein vernünftiges Bild irgendwo hinkriege. Ich hätte sie nochmal demonstrieren. Warte mal, ich mache mal hier. Meine Hand tue ich mal hier rein. Mach mal den hier. So. Jetzt passt auf, was passiert, wenn ich jetzt die Ansicht hier wechsle, die Hand ist weg. Es ist ein bisschen, ist hier ein bisschen blöd, also das haben die ein bisschen doof gemacht. Die war nur irgendwo so ein Luftschiff hier, was hier rumgeflogen ist. Du es gerade, aber es ist nicht mehr da. Es ist wirklich nicht mehr da, es ist abgestürzt. Ach, da fliegt es. So, ich kann jetzt nochmal hier die Ansicht hingehen. Man sieht das Flugschiff hier so recht gerade noch so schön und es ist nur noch halb da. Da steht übrigens auch der Name drauf. Ich kann immer ranzoomen. Naja, gut, was soll's. In anderen Spielen, wie zum Beispiel Five Nights, wie I Have Wanted, da habe ich zum Beispiel die Ingame-Aufnahme hernehmen können. Da hat es richtig schön funktioniert. Aber in dem Spiel, und ich glaube, I expected you to dive, war es auch so, dass es halt einfach diese komische Ansicht hier einfach genommen hat, dass man halt wenig erkennt. Es ist ein bisschen blöd an der ganzen Sache hier. Ich kann ja später nochmal ingame, kann ich da nochmal kurz umschalten, damit man es noch ein bisschen besser sieht. Weil in der Grenzkontrolle, in der Grenzkabine hat man es am besten halt eben gesehen, dass man eben wenig bis gar nichts erkannt hat. Und ja, warum spiele ich es jetzt trotzdem neu? Weil erstens habe ich auf das Spiel nochmal Lust gehabt, weil das Spiel halt auch ziemlich gut ist. Richtig gut, finde ich. Es ist halt ein gutes VR-Spiel, was man halt eben gerade hinbekommt. Und ich finde, es ist auch wert, dass es auch gezeigt wird. Ist jetzt zwar sehr schade, dass jetzt im Grunde genommen der erste Eindruck praktisch gesehen weg ist. Aber dann müssen wir halt eben, ja, das ist halt eben. Ich habe es jetzt extra ein paar Monate noch stehen lassen. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Direkt zum Release habe ich es halt eben gespielt. Da kommt das Luftschiff wieder, da steht sogar schön der Name nochmal drauf. Und seitdem habe ich es halt eben nicht mehr angerührt. Ich weiß auch nicht mehr, was da drin los ist. Ich hoffe, es ist jetzt trotzdem einigermaßen nur in Ordnung. Ich bitte, bitte um Verzeihung. Ich weiß eh nicht, ob viele Leute das Video hier schauen werden. Ich meine, Contraband Police kam mir ja im Grunde genommen auch gut an, obwohl ich das Spiel schon gespielt habe. Und das ist im Grunde genommen auch nichts anderes vom Prinzip her. So, ich kann hier übrigens nochmal die Ansicht zeigen. Hier sieht man auch schön den Namen. Weg ist er. Gut, genug um den heißen Brei herum geredet. Ich werde jetzt erstmal die Musik einschalten. Bei der habe ich jetzt extra ausgemacht. Ganz kurz, damit man mich hört, was ich sagen möchte. Ein Augenblick. Musik ist hier. Die sind hier recht laut. Gut, dann wechseln ich schon schnell den Mikrofon. So, Mikrofon geht. Mikrofon geht. Gut, dann starten wir einfach mal ein neues Spiel. Ist auf jeden Fall ganz nett gemacht, das Spiel. Werdet ihr schon sehen. Jetzt müsst ihr eigentlich gerade so einen schönen Sternenhimmel kurz sehen. Mach erstmal die Musik aus. Nein. Nein. Item damaged beyond repair. Grandmother's ashes marked for disposal. Ich bin gerade frisch aufgestanden. Du wirst jetzt auf deiner Mobilität testet werden. Bitte entfernt die Löffelbottel von dort. Oh, so ein Rebel. Ich dachte nicht, dass dieses Wohnzimmer noch besser werden könnte. Ich zeige euch mit zwei Bildern. Bitte wähle die, die mit deinem emotionalen Zustand alignen. Keine Angst, es gibt keine falsche Antwort. Gib meinen Button einen guten Rumpf. Oh, danke. Das war nicht Teil des Testes. Es hat nur noch ein paar Zeit verstanden. Wir werden jetzt deine Vitalis-Liedungen testen. Mhm. Ich bin bereit. Okay, ich bin ganz entspannt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe ein ziemlich hartes Bett. Dönerstag. Dönerstag. Bitte stampen hier, um die Resultate des Testes zu confirmieren. Okay, bitte die Arme stempeln und die... Ah, wir haben im Grunde immer stempeln. Okay, ich habe zumindest die mit den Katzen, habe ich vergeigt. Können ja eigentlich draußen... ...hacken machen. Hier. Oh. Oh, das habe ich schon genommen. Die letzte Partie des Examinations ist ein einfacher Observation-Test. Mhm. Ich werde diesen Gamma-Rey-Scanotron unter deinen Klattern legen. Nur wunderschöne, dass ich nicht hier bin. Gehe über dein normaler Tag-to-Day-Business, wie jeder Organische würde. Ah. Okay, das Ding strahlt, das Gamma-Strahlen ab. After a physical examination, it is recommended to take a mortgage to relax and rejuvenate. I suggest opening the shutters and taking in the wonderful city sites. Ah, dieses Gamma-Strahlen. So. Ganz kurz nochmal, weil ich würde jetzt trotzdem mal ganz schnell die Ansicht nochmal ganz kurz zeigen. Ich stelle mich jetzt mal hier so vor. Maxi ist das? Oder Maxi-See? Ich habe sie immer Maxi genannt. Ganz kurz, ich stelle mich jetzt mal so hin, dass ich sie hier gut sehe. Ist gut, Kleine. Ist gut. So, warte mal ganz kurz. So, dass sie drauf ist. Das wäre jetzt im Grunde noch ihre Ansicht jetzt. Und das wäre ihre Ansicht jetzt, wenn ich so nochmal gucken würde. So ist sie denn noch einigermaßen gut zu sehen, wenn ich meinen Kopf gerade halte. So nicht mehr. Nur so als kleines Beispiel. Und das war halt im ganzen Spiel halt eben so. Oh. Dann machen wir mal Licht an. Sorge, die ist noch ein paar Atemzüge. Ah. Ah. Mhm. Ah, und dieser Duft hier von der frischen, die Frischluft hier. Ich merke, wie mein IQ um 10 sinkt mit jedem Atemzug. Mhm. Ah. Ah. Moment, das kommt jetzt später. So. Na, dann gucken wir mal, was im Internet zu los ist. Zitat des Tages. Das ist also jetzt mein Leben. Mhm. Ich bin zufrieden. Speiseplan. Es gibt es heute Bohnen, Bohnen, Bohnen. Mhm. Gibt es auch Bohnen? Kontakte? Du hast keine Freunde. Ja. Wie im echten Leben. Ich weiß. Gesundheit. Vor drei Monaten am Leben. Vor zwei Monaten am Leben. Vor einem Monat unklar. Ich habe mich halt nicht mehr zurückgemeldet. Na komm, wir gönnen uns mal ein Schlückchen, ne? Heißen Kaffee. Ah. Lecker. Der steht schon seit sieben Wochen da. So. Hier bitteschön. Na gut. Zurück zum... Und dann steht da, warum mein Überleben unklar ist. Dating. Du hast null Matches. Ja, wie im echten Leben. Modellicher Medizin checkt durch Medizin-Bot. Mhm. So. News. Übertragung läuft auf dem Fernseher. Breaking news. You're mechanically summarized media. We have received multiple reports concerning a catastrophic explosion in Sector 3. Is this the ongoing problems with robots neglecting their city jobs? We now go live to the office of the CEO of Fortitude, Inc. for an announcement tagged quite important. Citizens of Salvation Heights. This greatest of cities. We find ourselves in unprecedented times. You may have noticed wayward behavior from some of the robot workforce. The gears driving our fine city. Well, to ensure maintenance is being completed, and for everyone's safety, a series of checkpoints have been established around the city to manage robot travel. And these checkpoints will be manned by you. A small group of lucky humans will be chosen at random and given jobs. Real. Live. Jobs. Oh nein, ich will aber keinen Job haben. The winners will each receive a call, as soon as I find the button to end this broadcast. Well, that has always been done together. In one civic minded group park. Thank you. Oh, eh. Hmm. Hmm. Oh, there he is. Fernsehaufnahme total in 3D. These are incredible news. These will be the first new human jobs created since Dayton all found. Please update records. Now we return to our regular weekly panel discussion. What do the humans do anyway? Oh nein. Mein Arm vibriert. Mein Arm vibriert. Oh Gott. Ich bekomme Anruf. Hoffentlich ist das Mutti. Oh nein. Was hane? This is Pandemia. The CEO of Fortitude. You may recognise me from TV. Specifically from just a few seconds ago. As the very first draw in our job lottery, I thought I would notify you of your win personally. Congratulations. You are now part of a very exclusive group. Humans with a job. Wie ein zusätzliches Wettbewerb, später werden wir uns in ein ganz neues Wohnzimmer in der Oberstadt. Das wichtigste jetzt ist, dass die Stadt die Sicherheit braucht. Und du hast das Privilege gewonnen, um dieses Wettbewerb zu nehmen. Seine ersten Wettbewerb beginnt heute, also wir uns jetzt ein Fahrzeug. Bitte schau mal in die Brücke für deine eigene Sicherheit. Bis jetzt! Oh oh! Nein, meine Büchersammlungen! Entsorgung nicht nötig. Bye! Oh! Der Scanatron! Ich werde das Depot verlieren! Oh! Aber ich will keinen Job haben! Aber ich will da nicht hingehen, du musst mir doch helfen! Du musst mir doch helfen! Du kannst mir doch helfen, oder? Danke für die Hilfe! Dann kann ich eigentlich hier... Böse! Böse! Komm, du kommst jetzt mit! Ich geh nicht allein zu diesem Job! Ich geh nicht allein dahin! So! Jetzt seht ihr wegen dieser Ansicht auch mein Hintergrundbild, sage ich jetzt mal, was ich doch immer hab. Gönnigst du einfach mal ein bisschen den Sternenhimmel. Unser Leben ist eh schon vorbei! Hey! Newbie! I heard about you on the news! They seem to be calling you number one! I assume it's a reference to you being the first result in the lottery! But it sets up certain expectations, doesn't it? Oh! I'm Halam! I'll be taking care of you! Now you're a fortitude employee! Oh! Warte kurz! Is this microphone even working? Can you hear me? Wave if you can hear me! Hi! Kann ich hören! Fantastic Job! See, you are already living up to your name! Es gab ein Schiefheim, wenn man nichts macht übrigens! I really need to be sure that I can't be talking to myself. At least not twice in one day! Some of this old equipment has been gathering dust for a long time now. Since the introduction of the automated core AI, we shut down a lot of these older systems and job roles for humans are now extremely rare. I've been one of the few remaining meatbags, still overseeing things at Fortitude. And now I've been assigned to this new program! Codenamed Border Patrol! Hmm... I have a V-O-D-O-Rin! And this gets us to why you are here! Well, I must admit, it's all a bit of an intriguing mystery right now! Some robots have started ignoring their instructions. Until we work out what is going on, robot travel is being carefully controlled via these checkpoints. operation of this checkpoint is going to be all down to you! So, I'll run you through some of the tools you'll need to use. As a trainee Border Patrol agent, you are responsible for deciding which robots are allowed through and which must not be allowed to proceed. Every robot needs to present a valid travel pass. You must confirm all the details are correct! Here is your 3D printer where you can print off figurines of robots! Try printing one off using the buttons on the printer now! Hmm! He 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 he! Die Aufnahme ist hier wesentlich besser, wenn man es so ansieht. Ich kann aber mal ganz kurz, wenn ich den Teil hier mache... Jetzt bin ich ganz hinten ans Eck gegangen. Man sieht hier im Grunde genommen alles recht schön. Ein Augenblick. Use the printer to print a robot figurine! Das wäre die Spielansicht gewesen. So! Man kennt jetzt hier wesentlich weniger, wie man sieht. Wobei ich jetzt direkt an die Maschine hingehe, um dort zu arbeiten. Use the printer to print a robot figurine! Use the printer to print a robot figurine! Use the printer to print a robot figurine! Use the printer... Great! Ha ha ha! Ha ha ha! When a robot comes to the booth, compare it to the printed figurine! To make sure the declared class and model on the travel pass matches! Ha ha ha! Ich werde jetzt übrigens nur die Folge so immer wieder erwähnen! To help rejig your memory, your watch has been upgraded with tooltip technology! So you can get info about things in your booth! That is either someone! The button down on the watch and aim it as a shift display to try it out! Ha ha ha! As you can see, tooltips give you a brief description of what things in the booth are used for! Your shift display can be used to check travel passes are in date and your current performance! Also keep an eye on your timer! This can change from day to day! Let's check out something else! Hold your watch button down again to close tooltip mode! Habe schon gemacht! Finally, to process a robot, you need to stamp the travel pass with either a pass or fail stamp! Okay, was genehmigt oder abgelehnt? So, wir wissen! Over here are your booth steps! Take one and use it on the travel pass! Kli kli kli! Kli kli! Deine glatze streicheln! Okay, wir können den ja kurz angucken, der ist gültig bis 2023, wir haben aber das Jahr 2100, also... Ah, yes! It is expired! Oh, good! So... Press the button! Drücken doch selber! Dann wurde ja keine Ahme! Ah! To start your workday, pull the lever for the shutter! Here! This starts the shift timer! So, be ready! Ich bin hier drüben! So! Jetzt müssen wir hier wieder nach unten tun und schon fängt die Arbeit an! Willkommen an der wunderschönen Grenze hier! Fantastic! Just press this next button to call a robot to the booth! Rückgemacht! Oho! Great stuff! You seem to have the higher things! I'll speak to you at your shift! Good luck! Pass the next to the person! That's how to listen to too many good twists! Sieht genauso aus wie der hier! Was hast du denn eigentlich für Angriffswerte? Steht da nirgendwo drauf! So! Okay! Also mal sehen! Wongi! Wongi! Modell Alton! Das stimmt! Die haben wir hier gerade! Klasse Arbeiter! Fertigungstatum 200 Dinger! Der ist in Ordnung würde ich jetzt sagen! Bitteschön! Oh! Schnauft er gleich durch! Tschüss! Und der nächste! Okay! Das ist der zweite Arbeiter! Das ist der Zipi! Und trotzdem nochmal die Arbeiter! Kann man angucken! So! Ist er eigentlich stärker? Ja okay! Genug rumgealbert! So! Der ist abgelaufen! Du bist nicht besser als Alton! Hinaus! Ich will dich nicht sehen! So! Und das ist der Roller! Das nahm ich jetzt gerade nicht weiß! Aber es ist ein Harley Davidson! Mit Sonnenbrille! Es sieht bloß so aus wie wenn er eine Sonnenbrille hätte! Aber es sind seine Augen die da einfach nicht leuchten! So! Ja gut! Der erste Tag ist ganz einfach! Der ist schnell durchgemacht! Das ist ja im Grunde genommen nur... Passt der Tag passt er nicht! Oder dann gab man den korrekt! So viel zu dem Thema! Aber gut! Wir haben wenigstens mal ein negativ Beispiel gesehen! So! Da ist ein Alton! Alton Arbeiter! Er ist gültig! Altons lasse ich jetzt in Zukunft nur noch durch! Die sind einfach zu bearbeiten! Die sind immer korrekt! Die haben alles richtig! So! Das ist ein Zipi! Ich will dir den hier geben! Sorry! Du kriegst den hier! Das ist noch! Hier wegen! Weil... Modell Harley Roller! Und Roller ist ja der kleine da hinten! Der grüne! Nächster! So! Alton! Der ist bestimmt 100% richtig! Der kriegt den hier! Der in schreien! Der kleine! Der sagt, dass er alles richtig ist! Er ist ein Roller! Der liegt bestimmt falsch! oder habe das sogar gültig die schön ich will nicht durchlassen arbeiter zippe leute um einen tag abgelaufen aber sie ist positiv hier sieht man nicht ganz ich hab dir eine nase gemacht ich wollte nur noch haare geben congratulations for making it through your first shift you probably got to see first hand some of the unusual robot behavior that has been going on hmm pretty strange one could even think these machines are developing a bit of a personality we'll have to chat about that another time i need to shoot off and we just have a couple of end of shift details to run through ha 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 es ist schön dass wir menschen noch leben dürfen in 80 jahren fortitude decided it would be motivational to rank all the new booth workers i'm not sure if i'm really supposed to say this but it's my understanding they're exploring an elimination process for people at the bottom so do your best be sure to make the most of this opportunity being employed is one of the few ways we humans have to earn privileges for too many salvation heights is just being packed into apartments like beans in cans and eating beans in cans like well i i i i'm rambling this is your rank screen it shows the progress you've made towards getting your next promotion ha 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 for successfully completing your first day you have earned your first rank complete key tasks to progress towards higher ranks these come with various employee benefits hmmm ha 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 hmmm da kann man sich dann neue sachen kaufen anyway i must be off i can't be late i have tickets to the rollerbots semifinal tonight hey darf ich mit oh a taxi is waiting for you outside i'll see you again tomorrow ha 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 sind die beiden jetzt gerade weggeflogen also habe ich nicht mit oh man er hätte mein erster freund sein können genieß wir den sternenhimmel hier ist aber dreckig willkommen zu ihrem neuen appartement um zu helfen zu fühlen wir haben einen salvage-bot um zu retten zu retten woher ist sie haben vielleicht ein paar Dinge verabschiedet aber zumindest ist es alles in einem einfachen Schnellbeck ich habe mir gedacht ich habe dir ein bisschen auf dem Ort gegeben aber mit all den städteinten ich muss auch gehen ich habe unseren willkommen-pack zu deinem Home-Drone damit sie dich durch die Oh und bevor ich es vergessen habe habe ich deine offizielle Fortitude Smart Gloves die das Leben etwas leichter machen wird Bis dann. So. Shhh. Na gut, wird gemacht. Okay. Na, was? Okay, Knapp drücken. Es ist im Grunde genommen, hier wird jetzt die Bude ein bisschen erklärt. So. Gelbe Handschuhe, aber mir gefallen die doch. Wird das wehtun. Ein bisschen. Ich kann meinen kleinen Finger nicht mehr heben, aber ich habe saukoole Handschuhe. So. Weil diese Handschuhe sind jetzt besonders, damit kann ich Sachen herholen. Von Weitem. Irgendwie. Aber nicht so weit. Oh. Entschuldigung, ich höre dich zu. Ich höre dir zu. Scheiße, den Tag mit weniger als Nullfiel ab. Das ist so groß wie dein altes Apartment. Mhm. Ich bin sicher, dass du alle mannen von nötigen Objekten in hier hängen kannst. Speaking of which, here is your dusty vacuum unit, which maintains sanitary protocols. Please interagent with the vacuum unit, to initialize its routines. Ja, jetzt kann ich kaufen. Oh. Oh. Hier, you can see how many credits you have, and what items are currently available. Locked items may require a specific rank to access, shown on the icon. Any orders will be delivered by drone right away. So keep an eye on the delivery drop off point. Na? Na? Legts bisschen rum. Ja, okay, dann gehen wir in die Küche. Da ist sie ja. Hier ist deine Mehlpreparation-Area. Es hat alles, was du möglicherweise brauchst. Außerhalb von der Toastungsunität. Ich werde seine Absenzenten unterscheiden. Der letzte Stopp auf der Tour. Dein Bett. Hier gibt es alles, was man braucht. Na dann. Uh. Over here. Ja, ist gut, ich gucke mir hier noch in der Küche ein bisschen um. Das Problem ist halt, irgendwie ist es für mich ein bisschen schade, so hier in der Küche. Dass ich hier so eine Küche machen, extra sagen, ja hier, du kannst alles machen, was du willst, aber rund umstech brauchst du die gar nicht, weil du weder essen und trinken musst. Gar nicht mal die Dose aufmachen. So. Das ist mein Schlafzimmer. Wo ist mein Brotbett? Das Bett hat integrierte Vitality-Sensoren. Keine Neu-Need-Bot-Visitionen, während du hier leben. Wenn du bereit bist, schlafen, drücke die Button auf dem Panel hier. Ey, ich hab gerade nicht mal aufgemacht. Bitte erinnere mich. Wenn du bereit bist, schlafen, drücke die Button neben dem Boden. Okay, also wenn Schlafzimmern Zeit ist, dann nicht. Was sagt meine Uhrzeit gerade? 31 Minuten. Ja gut. Dann würde ich jetzt an der Stelle hier mal kurz pennen gehen, oder sollen wir noch tuschen gehen? Es reicht morgen. Oder in der Woche. Ist gut, ich geh jetzt, bittchen. So. Da draußen flattert irgendwas. Na gut, wir machen auch noch die Morgenansprache. Good morning. Apologies for waking you, but due to your new job, you are now required to be conscious before midday. Mhm. You may be feeling an unusual sense of comfort due to this bed featuring padding. Do not worry, this will quickly fade. To help you adjust, I have set up a new morning routine. I have also adjusted your news preferences to better suit your new responsibilities. Na gut. Please follow me. Ich will nicht nur wissen, was das gerade für so ein Geklacker ist. One moment please. Dusty, du kannst die Dipsack-Pattons und die Falle. Danke, dass du wirst. Du warst gerade in einem MSM-News-Broadcast. MSM. I have bookmarked a clip, that may be of interest to you. Mhm. Okay. Der von da drüben aus, der kann nicht auf die Nachrichten zugreifen. So. Aber jetzt war es die Nachricht. Ich tue mir noch rein. So. Okay. Oh, Katzenverhafter ist. Jawohl, recht so. Danke. Ja, ich glaube schon. Wow, was für ein wunderbares Pilz, die von mir erwischt haben. Wo haben sie mich da denn erwischt? Dann prüff deine Analyse nochmal. Bohnen. Ja, gut, aber das machen wir ja. Okay, also vorsichtig, ist echtes Koffein drin. So. Kein so ein, äh, hergestelltes, so billiges, was man auch immer kennt. So. Aber wir haben doch Zeit. Ich muss doch erst noch duschen gehen. Du hast mir einfach so aus dem Bett rausgezwiebelt. So. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Folge hier beenden. Ich hoffe, es ist jetzt trotzdem einigermaßen noch gut, obwohl ich mich hier jetzt, äh, sag ich mal, auskennen. Ich meine, wir entdecken es ja im Grunde genommen ja nicht gemeinsam, aber wir können ja trotzdem so ein bisschen gemeinsam noch, äh, nochmal das Ganze erleben. Seht's nicht, ist jetzt nicht so traurig. Ich meine, ich freue mich drüber, weil ich kann das Spiel nochmal neu spielen. So. Dann, äh, Ja, danke mir für das Zusehen. Ich würde mich über ein Like, ein Kommentar und ein Abo freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Alles bis dann. Tschüss.